Herzlich Willkommen in China, Ni hao. Wieder mit dabei, Merlin, Andi, Riu, Bissel, Christoph, Ilo und Basti. Es regnet beim Rennen. Es regnet beim Rennen, yes! Das ist nice. Weil ich gerade merke, weil ich vergessen habe, ich habe vergessen uns alle zu Moven, deswegen wird End wahrscheinlich noch rein platzen, aber ist mir jetzt egal. Es regnet nur am Ende. Was ist das denn für eine? Und dann auch nur Laich. Alter, du blendest. Du blendest. Und dann auch nur Laich. Da. Da. Denk mir der Mikro im Gesicht. So. Ich habe meinen Controller nicht berührt. Oh Gott, hier ist ja alles voller Nebel. Ich mache gerade Ausflagen, ich nichts. Alter, wie tiefsbild in die Sonne bitte. Ja. Die blendet ja auch die Ideallinie auf der Start-Ziel weg. Oh, scheiße. Okay, bei mir ist alles bewölkt. Ja, aber am Start-Ziel, wenn du da vorausfresser lädt so kurz. Welcher nette Typ ist denn da hinter mir? Äh, das bin ich. Hallo. Wenn du einen Ferrari siehst, bin ich's. Was ist mit Christoph? Äh, Christoph ist noch. Ich fährt gerade raus. Hast du gesehen, wie gut ich die erste Kohle genommen habe? Ja. Die zweite habe ich auch richtig gut genommen. In der Outlap auf jeden Fall fünfmal. Ja. Aber ich habe die mit 20 kmh genommen, das war richtig. Oh Gott, Christoph wollte ja wie in der Outlap. Ja, ich fahr auch gerade voll, also. Warte. Andi, ich fahr ein bisschen langsamer. Ich will mein Reifen noch nicht so stark beanspruchen. Ja, ich fahr ein bisschen langsamer. Ich fahr ein bisschen langsamer. Ich fahr ein bisschen langsamer. Ja, ich fahr ein bisschen langsamer. Du bist auf die Bremse noch bitte hinter mir. Gut, dann muss ich aber viel Abstand halten. Dann fahr langsamer. Ich fahr auch langsamer, weil vor mir einer ist. Ja. Gibt's jetzt auf der geraden Vollstoff Andi, oder? Ich war gemütlich. Gott, da kommen ja gleich von hinten die Leute auf mich. Ich fand ja mehr. Boah, maximal. Darfst du, wenn du Vollgas fährst, Andi? Ja. Jetzt stell dich auf extrem. Nee, auf Max. Auf extrem. Auf extrem. Ja, ich wusste hier, wie die Einstellung ging. Das ist jetzt Max. Jetzt geb ich Gas. Extrem Mode. Ja, ihr wolltet doch hören, wenn ich gar nicht. Super. Ja, aber warum stellst du denn schon vorher auf extrem, bevor du überhaupt Vollgas gibst? Ich hab auf extrem auf Max gestellt. Du hast grad hier mit Ex-Drehwahn gefahren. Nee, du. Ja, aber du hast es grad wiederholt. Ja. Und bist dir damit wieder in den Mund gelegt. Ja. 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 Nee, daran hab ich nicht gedacht. Schokokeks. Oh, Höckenberg, schlaf doch nicht ein, ey. Demnächst heißt es nur noch, extrem ist immer gut. Ja, hier in dem Spiel ist Max halt gut. Max ist gut. Was ist mit Tom? Nee, Tom ist scheiße. Tom gibt's gar nicht. Was ist mit Fernando? Gar nicht. Was? Fernando oder unsere Schöpfelreise? Wäre doch alle voll benachteilig, wenn Max hier der Beste ist. Finde ich aber gut. Ich fahr Max. Ja. Ich fahr nicht Max. Ich fahr extrem. Ich glaub ich fahr Kimi. Ich fahr nicht mit zweitmal Max. Kimi? Nee. Auf jeden Fall nicht Kimi. Max, Kimi, Verstappen. Ich kann die Strecke nicht. Wieso fahr ich so behindert, obwohl ich's eigentlich einigermaßen kann? Max, Jos, Verstappen. Hä? Letzte Runde, ich bin Fünfter. Yes. Wer hat hier letztes Jahr gewonnen, war es Kimi? Nein. Wer denn? Oder? Christoph glaub ich. Nee, Christoph hat den Bach reingebogen. Bach reingebogen. Bach reingebogen. Ja, Jäger. Wollt ihr nicht mitgefahren? Ich bin nicht mitgefahren hier. Ich bin nicht mitgefahren hier. Ich kann's doch sein, dass ich gewonnen hab. Weiß ich nicht. Ich weiß, vor zwei Jahren hat hier Rekord gewonnen. Bitte sag nicht mehr Bach reingebogen. Bach reingebogen. Das ist Fahrscheiße hier. Ich fahr so scheiße. Einführungsrunde ist gleich da aus. Einführungsrunde ist gleich da aus. Was ist da aus? Einführungsrunde. Oh, ich glaub ich ausgestellt grad noch. Kommt hoffentlich nicht mehr die ganze Straße. Oh, wo fahr ich denn dann? Andy fährst du noch schnell oder? Nee. Warum? Okay, dann musst du mich gleich vorbeilassen, weil ich fahr noch schnell. Achso, bist du hinter mir? Ja. Ich bin ein Sackbescheid, wenn du hinter mir bist. Bin ich hinter einem, der Johnson heißt. Oh, Long Dorms. Oh, Wahnsinn, man. Dankeschön. Wenn du grad jemanden bist, du kommst wahrscheinlich gleich bei mir raus. Äh, paar Ideal-Linie, Rico. Ich bin rechts von dir auf der Langen gerade. Er kommt rück oder ne? Ich glaub nicht, dass ich fliegen bin, glaube ich. Er kommt da grad. Da geb ich jetzt Gas. Vaktor. Er, 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 er. Ach egal, der wird sich schon bei ihm. Ja, da kommst du erst, okay. Na gut. Ich fahr jetzt in die Box rein. Alles easen. Achso, ich hab dir ganz auf den falschen Ebenpunkt geachtet. Auf meinen, oder was? Ja. Ich hab' gewundert, warum ich noch wieder Zeit habe, aber es war die Sektorzeit. Ja, föhnt die kaputten Reifen, jawoll. Wo müsst ihr das machen? Föhnt. Trinkgeld bekommt ihr später, Jungs. Ah, jetzt fährt die KI raus. Fünf Stück auf einmal. Jawoll, du brauchst halt nicht die ganze Zeit so stehen. Du brauchst mich jetzt auch nicht föhnt. Du kannst mir schon mal mein Tablet reichen. Ah. Hauptsache hat Aston Martin auf dem P-Shirt stehen, ey. Warum können die eigentlich ihre Tablets bedienen, wenn sie Handschuhe anhaben? Tablet-Handschuhe? Ich hab' die Fingerspitzen eingebaut. Die haben ne Bockwurst im Auto. Oh, Mane. Ja. Das wollte ich grad mal üben, um in die Boxengasse zu fahren, ohne mit Tempo 20 vorher da schon zu bauen, da hab' ich keinen Benzin mehr. Gedeut. Du kannst ja nicht viel schneller in die Boxen fahren. Äh, hallo, kann ich auch so... Oh, vier Minuten nur noch. Alter, ich stehe in der Box und vor mir steht Jesus, Junge. Ist ja komplett belichtet. Alter, Bärling, kannst du da mal Hine machen, ey? Ja, sorry, aber bei mir steht... Jesus steht grad und schiebt mein Auto rein. Bist du in der Box? Ja, aber ich fahr' wieder raus. Ja, bitte nicht jetzt. Ich komm' jetzt rein. Oh Gott. Oh Gott. Das könnte knapp sein. Das geht schon auf die drei Minuten zu, Rico. Ja, ich bin schon... Dann wird's nicht. Ich bin raus. 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 Ich bin auch raus. Ja, du packst keine Runde mehr, Merlin, ne? Ich pack' auch keine... Ich will auch keine Runde mehr fahren. So was wirst'n? Meine Runde war zwar scheiße, aber ich fünfte da gerade. Schneller, Leute! So, Jungs, auf geht's, letzte Uni, ja. Ach, solche arme Enten hier bei Ferrari. Oh, Pascal Werder und Carlos Sainz haben sich mal auf Platz 1 und 2 gedrängt. Dacht man sich mal so ohne Zeit? Kann man mal machen. Ich fahr' trotzdem einfach noch mal raus. Oh, geil. War Dorn auch? War Londo Alonso auch? Was? Alon, Alonso? Alon, Alonso! Neuer McLaren-Trick. Einfach gar nicht fahren. Ist mein erstes. Dreieck! Haryanto, Hary-Haryanto, Hary-Haryanto. So, Prisil, du machst das. Ah, Wann haben die denn für Zeit? Gar keine. So, ja schön. Schöne Anzeigefehler, danke Codemasters! Aber den haben sie erst nachgepatcht, als wir ganz am Anfang gespielt haben war der noch nicht, ja. Ja, also, ganz kurz mit Vohemia. Viel zu viel an drei im Spiel. Ja, richtig. Es gibt viel zu wenig Bugs, ja. Da muss einer bei sein. Einer muss mindestens da sein. Das Spiel bei Vohemia. Oh, wir fixen jetzt mal fünf Facts. Dafür bringen wir wieder zwei neue rein. Wer ist hinter mir? Ach, Van Doorn. Ach, Mensch. Van Doorn. Muss da doch bisschen... Zwei Drecksäcke vor hinten. Gas geben, wow. Wer gerade in der ersten Kurve ist, äh, ich fahr grad noch ne Schnelle. Ja. Ach, sowas nicht mehr. Ja, ich glaube. Ja. Ja. Ich glaub nicht an dich. Ja. Was? Du glaubst nicht an Bisse? Dankeschön. So. Extrem. Nix. Einmal die Kurve... Kann ich noch retten? Kann ich noch retten? Kann ich noch retten? Na ja. Verzeih. Danach fährst du keine Schnelle mehr, Ilu. Wat? Ilu? Juhu. Schnellste Runde, 1,37. Ich hab ne 1,35. Weil dann fahr ich ne Schnelle. Ich werde so lange versuchen, wie ich im Positiven bin. Ich werde so. Wo verliere ich denn so mega viel Zeit, Alter? Okay, letzte Runde relativ viel. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Hast du schon eine Zeit gefahren, Andy? Ja. Okay, das ist nicht mehr Zeit angezeigt. Ja, eigentlich bin ich auch eine Zeit gefahren, aber mir steht ungültig her. Warum? Okay, dann muss ich die jetzt fahren. Ich bin verwirrt. Boah, der Alex hat ja einen richtig cool Helm. Danke. Oh, ich bin genau bei einer halben Sekunde. Kurve verkackt, oh Gott. Wer ist denn gerade, wer fährt auf die Haare zu? Ilo, okay. Wer kommt denn da hinter mir gerade, lange gerade? Ich. Ah, fährst du schnell? Ja. Okay, ich fahr ganz rechts. Zweiter? Ich glaub nicht, das glaub ich nicht, Grieco. Hä? Ich hab nur 1.35.0. Okay, dann bist du. Ja, doch, dann bist du zweiter. Da musst du 8.5.8.9 gar nicht so gut gefahren. Okay. Ja. Du das nochmal machst, um mir eine Strafzeit zu halten. Das war Quack, das war nicht der Sender hinter. 1.35.9.5. Weil ich möchte dich ja letztes Jahr erinnern, China. Nee, ich folg nur. Nimm Zeit mit Nimm. Ah, okay. Ist das für uns ein Doppelstart? Nee. Ich bin dritter. Hm. Ey, du bist noch Zweiter. Nee. Hä? Ja, bei mir bist du noch Zweiter. Ich bin jetzt auf 5.0. Ich rutscht. Ja, das kann nicht. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Ilo hat das Ilo vor dir, bloß. Ilo ist doch vor mir gewesen. Ja, Ilo ist aber bei mir auf Position 4 jetzt gerade. Sehen wir jetzt eh gleich. Ich bin dritter. Ja, ich bin dritter. Na gut, dann starten wir mit Doppel- und mit Ferrari-Reihe an vorne. Ich bin mit Lenkrad gefahren. Ne? Nochmal. Ja, ja. Soll ich ein Foto machen? Ja, ja. Aber ich finde das sehr schön, dass wir inzwischen alle die KI hinter uns lassen. Na, nice gemacht, Ryu. Ja, nice. Nääääää. Wie, ne? Doch. Das bringt mir sowieso nicht. Sie fliegt gleich raus. Ach, laber doch. Ich werd dich nicht mehr kauen. Okay. Wir machen weiter. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Qualifying. Wir sehen uns morgen im Rennen. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.